Heute snick ich mich durch die Food-Stände auf dem Puls Open Air. Love it! Feigenwalnuss-Pesto, selbst gemacht. Bella Italia auf dem Puls Open Air. Genau mein Ding. Das Brot ist schon mal gut. Man schmeckt das Gemüse. Ein bisschen mehr Sohsäde reingekonnt. Ich bin Fan. Mega geil. Vor allem nach dem ersten, zweiten, dritten Bier. Also es sieht sehr gut aus. So richtig wie Gulasch schmeckt es nicht, aber gut. Der Rotkohl ist super. Also wenn ihr mich fragt, ist ja bisher das Schönste am ganzen Leben. Es schmeckt wie 6 Euro, kostet aber nur 4. Und dann hat das ja genau das gesagt. Und ich an das, glaube ich.